Die Bibel zeigt uns, dass heute die Welt von einem mächtigen Engel beeinflusst wird. Und das ist die Hauptursache, die dem vielen Leiden und dem Kriegen in dieser Welt zugrunde liegen. Krieg und Gewalt nehmen zu, falsche Nachrichten und Lügen beherrschen die Informationsquellen im Internet. Ja, Satan verführt die Menschen zu einer falschen Denkweise, zu einem Konkurrenzdenken unter den Menschen und macht uns Menschen glaubhaft, dass diese Streben nach Macht und Erfolg besser sei als Zusammenarbeit und würde die Menschen sogar anreizen zu höherer Leistung. Wird diese falsche Lebensweise für die Menschheit zum Verhängnis? Guten Tag, liebe Zuseher! Die Bibel zeigt uns, dass Gott einen mächtigen Engel geschaffen hat, der am Anfang vollkommen war, wie wir in Hesekiel 28 lesen. Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tage an, als du geschaffen wurdest, bis an der Missetat gefunden wurde. Satan wollte seinen eigenen Schöpfer vom Thron stürzen. Er plante einen Umsturzversuch und wollte sich selbst zum Gott erheben. Der Prophet Jesaja beschreibt diese böse Absicht von diesem mächtigen Engel in Jesaja 14, die Verse 12 bis 14. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschluckst? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Aber dieser von Gott geschaffene mächtige Engel verlor diesen Kampf und wurde dadurch zum Widersacher und Feind Gottes. Satan ist ein hebräisches Wort, das Widersacher bedeutet oder auch Feind oder Gegenspieler. Teufel ist eine Übersetzung des griechischen Wortes Diabolos und bedeutet so viel wie Ankläger und Verleumder. Die Bibel zeigt uns, dass heute die Welt von diesem mächtigen Engel beeinflusst wird. Und das ist die Hauptursache für das Leid und die Kriege in dieser Welt. In Epheser 2, die Verse 1 bis 2 lesen wir, Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, unter den Kindern des Ungehorsams. Warum wurde Satan zum Feind Gottes? Warum ist Satans Hass auf Gott und uns Menschen so groß? Neid war ein Grund auf die Menschen, die zu Kindern Gottes werden können. Er sollte den Menschen dienen, wie wir das in Hebräer 1 und in Vers 13 bis 14 lesen. Zu welchem Engel aber hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemmel deiner Füße mache? Sind sie nicht allesamt dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst und derer Willen, die das Heil ererben sollen? Satan hatte von Anfang an nicht das unglaubliche Potenzial, ein geborener Sohn Gottes zu werden, das wir Menschen haben. Darum wollte er Gottes Plan zerstören, indem er Adam und Eva verführte. Ganz bewusst wurde Satan zum Widersacher und Feind seines Schöpfers. Wir lesen in 1. Mose 3, die Verse 14 bis 15 Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Viehen und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Dieser Vers weist auf das Opfer Jesu Christi hin, der für unsere Sünden gestorben ist. Es hat ihm Schmerzen bereitet, am Kreuz zu sterben. Aber dadurch hat er Satan besiegt. Satan ist der Verlierer. In Offenbarung sehen wir, wann diese Aussage Gottes in Erfüllung geht. In Offenbarung 20, die Verse 1 bis 3 Ja, wir haben gesehen, wie Satan entfernt wird. Oder um ein modernes Wort zu gebrauchen, wie Satan entsorgt wird. Ja, Satan ist der Verlierer. Satan begann eine gegensätzliche Denkweise zu entwickeln, die Gott hat. Als Gottes Weg ist der Weg des Gebens, den Weg des Friedens und der Liebe zum Nächsten. Es ist ein Weg des Dienens und Helfens und der Zusammenarbeit. Satans Weg dagegen ist der Weg des Nehmens. Satan dachte, Konkurrenzkampf sei besser als Zusammenarbeit. Es sei ein Anreiz zu höherer Leistung, höherem Streben. Und außerdem mache der Dienst an sich selbst mehr Spaß. Gott wird der Menschheit beweisen, dass sein Lebensweg der Zusammenarbeit der Liebe und des Gebens der einzige Weg ist, der zu Frieden und Harmonie führt. Nun, wenn Sie mehr über dieses Thema wissen wollen, dann können Sie unsere kostenlose Broschüre Gibt es wirklich den Teufel? bestellen. Oder Sie können sich diese Broschüre auch auf unserer Webseite herunterladen. Wenn Sie mehr über Gott und das Weltgeschehen aus einer biblischen Perspektive wissen möchten, dann können Sie auch unseren Kanal abonnieren. Auch Sie können verstehen, welchen Einfluss Satan heute in dieser Welt hat. Denken Sie darüber nach. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.